Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schon damit bei so einer guten Bühnen-Chat. Hallo. Jetzt berichten jetzt gerade hier die Frames, nicht die Frames, aber die Bit-Karte sind. Miau. Hä? Schreiben wir die an. Hopp. Oh. 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 Irgendwo sind Enten. Na da. Die möchte ich nicht. Ja da. Das möchte ich nicht. Hatte ich das nicht eigentlich mal umgestellt? Das ist immer so komisch. So. Was ist? Gott. Ja. Äh. Ich guck grad nur kurz. Was? Ach Gott. Hm. Also. Wenn du noch so hier gescheitert ins Feuer mit Haif und so, da ist halt... Ja, warte. Bis ich die irgendwie abgeworfen hab. Da fliegen so die Dinger die ganze Zeit durch dir durch. Oh. Okay. Da ist tot. Äh. Wo ist ne Inva so? Da hinten? Bei mir auf der Seite. Äh. Da hinten? Bei mir auf der Seite. Bei dir Geld? Ein Geldsäckchen. Ein Geldsäckler. Säckli. Oh la la. Oh la la. Ein Geldsäckli. Hallo. Ha. Haben sie überrascht. Damit haben sie nicht gerechnet. Nee. Der ist recht nicht. Komm. Ach, der ist schon platt. Mhm. Okay, ganz nach oben. Ja gut, dann baue ich mir schon mal die Ausdauern rein und alles. Ich hab keine Ausdauern, aber ist das gar nicht. Let's go. Alles rein, Bruder, was geht. Alles rein, Bruder. Alles rein, Dröger. Frankfurter Style. Aber auch nur der Bahnhofstyle, ey. Was tut die da? Nö. Warten sie. So. Keine Kasse, nix da hinten? gar nichts mehr gar nichts hier gar nichts immer noch keine ausdauerspritzen den ausgang ja gut die haben zumindest keinen ausgang die seine bunds unten der zoom ausgang gibt es noch er ist echt am arsch der welt da oben bei goddard heute wird so typisch weißt du erst einmal wieder in einer ganz anderen ecke und dann kannst du die ganze map latschen oder zumindest nicht ins dann raus wenn die einfach sagen will ja tschüss ich nehme was mit ist dann noch was ja ich habe für die dringen lassen ich finde ich jetzt eine ausdauerspritze den sollte ich damit nicht dadurch kann es ja geht nicht so gut aus und sie ab willkommen irgendwann mal anschließen sagen wir die ganze zeit über den platz hier einfach drei headshots jeweils und dann ist ja gut was zusammen hier das wäre ein üblicher tag in handschauen da kann man sich noch umgequält schade eben noch diese grütsche mit nach davon sind ach so und da spiel ins kreis hat möchte ich nicht da rennt einer und schuhen hüpft ja jetzt habe ich ihn ja jetzt habe ich ihn ich treffe heute auch nur wenn sie mir brennt entgegen laufen du hast nicht das platt ja der liegt zumindest auf dem ping nur also ich hoffe oder der etwa hat zweimal einen hit da im busch ja rennt nach links weg ist da er ist da am baum mein gott zeig doch mal ich sehe den nicht wow mein bounty ist noch weiter dahinten ok ist hinterm baum hier hat ein hit wo ist der hin ich glaube die ist da hinten runter ne oh da hätte er sein gott zombie läuft hin hat einen hit hier hier im busch war noch einer ja ist nach links glaube ich weggerannt oh gott oh gott oh gott ja ich sehe es ich weiß nicht wo habe ich weggesprengt ich habe den trade geholt der hinten rennt noch einer ja da hinten rennt einer muss mich mal kurz heilen hier oh oh scheiße ich kann dir nicht helfen ragun ich habe gerade meine eigene hier vor mir oh scheiße jetzt rennt er weg weißt du ja der hat nur einen hit oh fuck hat rechts einen hit bekommen hat wieder nicht ach jetzt habe ich mich ey sag mal wieviel lange lebt der denn noch der ist irgendwo da oben aber also bei mir war er auch von unten ja die was ist das von mir links im Moment wo liegt denn das da liegt das ding kriegt man das ding irgendwie geschnappt hier stimmt ja ist schon gut danke alter wir müssen hier weg die lidische rundherum zeig ich zeig die bloß nicht na schön wir sind hier rund so solltest du vielleicht nicht hoch gehen warum will ich da hoch denn dran immer noch lebt der wird zwar mal getroffen hab ich ne krone hallo geht die muni aus ich wollte da nicht hoch geht da jetzt hoch geht da jetzt hoch oh da ist das auch noch jemand hallo ab muss ja noch abstand abstand hier halten ich wollte hallo ab ja fick dich schieß mal auf euch macht euch mal das mal hinten alle so nicht mit das weg da ja mhm hmm mhm 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 oh gott mhm mhm Ja, hinter dir, ne? Mhm. Die eine mit dem schwarzen Outfit ist auch noch vor mir. Ja, aber hinter dir wurde geschossen eben. Wow! Der ist auch noch da! Ja, hinterm Baum. Brauchst du da? Ja, schön. Guck mal, Kinder, es ist gut hier. Nein! Ach, wirklich. Hallo, Hansemann und hallo, Gopilo. Hallo. Hallo, Hansemann und hallo, Gopilo. Schön, dass ihr eingeschreitert seid, wie geht's euch? Scheiße. Wie viele waren denn eigentlich? Alle. Ich glaube, ich muss noch mal eingeladen werden. So. Okay. Ah, wir müssen die Gruppe einmal lieben. Oh, jo. Schön. Guck mal. Falls ihr gefallen habt, solltet ihr jetzt gleich ein Abo nicht vergessen. Morgen um 13 Uhr wird ein Schalten. Tschüss. 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 Tschüss